Ah, da sind wir zurück. Nochmal bei der Autofeld. Warte mal, können wir das verkaufen? Äh, ha? Äh, schrut? Wir haben nicht was gefunden gehabt. Das war das. Lockwoods Papier. Vermessung der Region. Emerald Vale. Durchgeführt von Rachel Lockwood. Die Siedlung Edgewater wirkt verdächtig abwesend. Wir lernen so aus, wir können es uns verinsfizieren, aber wir können es nicht lesen, ne? Voll der Scheiß. Haben wir halt wieder irgendeinen Müll mitgenommen, der uns gar nicht weiterhilft. So. Hey, top. Land mal fertig hier. Ich bin froh, dass ich nicht mehr kommen kann, mein guter Mann. Hm, verzichte die Langebänderung und weiß, bla bla. Okay, wir sollen uns auf jeden Fall die Stadt jetzt mal anschauen. Na ja, geht so, hier. Vorliegen Leichen. Für Leben. Für Leben. Willkommen, Intrepid Adventurer, to Prosperity Plaza, where the shops never close. Now, make your way to the bustling region of Emerald Vale. Prepare to be dazzled by the Vale's breathtaking lava flows. Rated the third most impressive in Halcyon. Gut, dann gehen wir jetzt da lang. Pustpackers. Müssen da runter. Da war nix. Runder. Ach, wisst ihr noch, wie schön das damals waren? Aber die Dämmerler geht auch nicht. Ich weiß auch nicht, ich wollte den gleichen hessigen Haufzwege. Ich verstehe es ja nicht. Ich hätte mal ein bisschen sich aufs Röses machen können. Normal, aber meistens. Sag mal, sind wir jetzt mal da. Dankeschön. Okay. Ach, das ist ein Robo. Ich dachte gerade. Gibt es hier was? Nö. Gut, dann reine Unrailable. Wahrscheinlich sind wir so ein anderer Teil von Planeten fliegen. Mal gucken. Die zweite Signalstation, wo Dakt wird, anscheinend sich in Emerald Vale, nördlich der Thunderplots in Ashford, zu befinden. Okay. So dann habe ich ihm gesagt, oh, ha, ha, ha. Ah, das tickles. How odd. No, don't desist. I think I might like it. Further data collection is required for accurate assessment. Okay. Ist gefeuert. Du kannst ja nicht feuern, man. Gut. Sprechen wir mal. Dann haben wir die üblichen Verdächtigen mit. Los geht's. Sieht da knuffig aus. Fühle so fest. Ah, ja. Seekst du, du schreier auch Weyer of Life. Stimmt. Wir waren auch schon ewig, nömer. Du bist ne Böse. Ich habe meine Saits auf dich. Ja, 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 ja. Ich gehe zum Ludwig Miller. Schon echt nicht mit ihm geredet. Town's been dark a while now. Could be a mechanical trying to sabotage us. Tutututut. Ne, ich weiß auch, was wir mal machen. Britannik, glaube ich, schnell reißen. Ja, da will ich hin. Jetzt sind wir eh gleich in der Nähe. Mal die Lady fragen, wie es denn so geht. Weil in der Story haben wir es ja am Ende mitbekommen. Wer haben wir hier drin? Ja, genau. Ja, okay. Nicht auch. Ich habe es dir sagen, wenn ich... Oh. Oh, hier war ich glaube ich noch nie drin. Sehe ich richtig? Ich war mir echt noch nie drin. Ja, doch, nice. Ich will doch nicht so haben, dass hier alles klau wird. Ist ja schlimm. Leider hat sich der Abstand hier nicht verbessert. Na, da kommen wir nicht rein. Da kommen wir mal rein. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Macht komische Sache, Mädels. Ich wohne hier. Oder auch nicht. Geht mal weg. Das nervt. Gibt es hier noch was? Okay. Oh, hat niemand gesehen. Ich weiß nicht, was du getan hast, um zu ZOE zu sprechen. Aber ich habe es geprägt. Okay, dann, äh, nicht. Im Grunde brauchen wir ja eigentlich gar nichts oder uns sind gar nicht großartig, äh, Arsch aufreißen. Weil alles, was hier rumläuft, ist ja easy peasy weggerotzt. Wenn es halt eh schon tot ist. Nicht nie gerade. Hallo. Stehen bleiben. Ja. Komm mal mitnehmen, die Leute. Dankeschön. Echt nett von dem. Ich kenne aber die Mission als äußerst langweilig empfinden. Stimmt, gab es ja noch Räume oder sonstige Sachen, wo wir noch reingekommen sind damals. Ah, schön, unsere Spuren zu sehen, wie wir alles gedoodet haben. Auch der Müller am AK würde sagen, das Haus ist auch noch abgesperrt. Aber ist er nicht. So, ist brav, Puggy. Schön alles getötet. Uh, wo kommst du her? Ich bin ja aber kurzer. Das heißt, du schrockst jetzt nicht, aber ich war überrascht. Muss ich zugäbe. Das ist anders, als wenn es hier hinschickt. Wir hoffen, dass du deinen Weg über das berühmtliche Landskap von Emerald Veil Terra 2's die größte fertilste Settlement und die Zukunftsbastik von Halcyon. Geh einen Moment, um diese Vista zu genießen mit einem Knochen von Spacer's Choice Sultuna bevor du deinen Weg zu Mighty Silla, Halcyons größter Asteroid. Willkommen zu Manette, ne? Schönen wir auch Mapende zu sein. Wirkliche Schlucht, die ist hinter uns. Gut, T-Bel erledigt. Mh-Mh. Ah, stimmt damals. Sie waren noch hart. Da habe ich da wahrscheinlich mir ist damals für Kniffe die Gäste hier zu tun. Gehen wir uns mal lang, dann kommen wir zur nördlichen Schlucht. Dann bin ich mal gespannt. Ich habe was ab, man. Oh, Mann. Ähm, wir speichern mal kurz, dass irgendwie das Gamecrash oder sonst was ist. Hat man, glaube ich, bis jetzt nur 1, 2 Mal. Scheiße, ich habe die Leiche schießt. Okay, doch, hier war ich auf jeden Fall schon mal. Weil ich habe schon mal getötet. Das heißt, es ist ja respawned. Interessant. War ich auch da schon? Da sieht man jetzt eh nach einer nördlichen Schlucht aus. Ach, das waren noch die Peaceful Banditen. Stimmt. Hat er hier schon fast vergessen. Wollte ich gerade umlegen. Okay, gut. Dann geht die Reise weiter. Da brauchen wir nichts. Drücke laufen, dann kostet ja noch Zeit. Bringt uns auch nichts. Jodele. Äh, okay. Äh, okay, dann hat es nicht. Sky, Syla. Gehen wir mal da hin, ob das jetzt ein richtiger Punkt ist. Weiß ich jetzt nicht. Hm, hm, hm. So, und raus mit uns. Hi, Society. Scheint der falsche Punkt zu sein. Wir gehen wieder zurück. Juhu. Hallo. Hopp. Haben wir nicht ewig Zeit hier. Dankeschön. Und raus mit uns. Spaß. Bros. Auf der Hammersmiths Thunder. Ja, das hat mir ein bisschen, wie es geht. Okay. Keine bösen Leute mehr hier. Nö, definitiv niemand hier. Ach, die Kleinen sind so ne süß. Kannst mal beleben. Gut, dass ich hier nicht alles hundertprozentig geloodet hab. Nö, das ist... Scylla ist unsere Kolonie's busiest mining settle. Aber nicht unsere Worte für ihn. Ask one of the hundreds of proud Hephaestus miners going about their work right now. Du bist in für ein reales Worte. Because our last stop takes us to a charming little village outside Stellar Bay. Located on Terra 1. Boah, das war jetzt aber... Dacht man schon so, ey, super, jetzt muss ich da raus. Oh man. Echt nett von dem. Wenn er bei der Einreise nur fast draufgegangen hat. Hey, wie interessiert's. Monark. Stellar Bay hat er gesagt. Der Fall ist ja so ein TÜV von. Aber die kommen wahrscheinlich noch bloß die LC. So, und raus. Richtig geschätzt, den müssen wir hin. Kommt ihr bitte. Oh, die FP ist klar. Nee, nee. Okay, gut, nicht geklappt. Wie ist denn Nachleideruppler manchmal? Ein paar Sekunden geht's dann wieder. Naja, muss man mit dem Leben. So, Süden, raus geht's. Hätte auch gleich gucken, können wir mal hinwissen. Ab. Ja. Aber so ein, sehe ich auch, das ist cool. Wenn wir uns beim zweiten Teil freuen. Da kommt man nicht rein. Da ist schon offen. Ach, das war das Ding hier. Ja, okay. Ach so, war nur, okay. Wir haben ein paar Meter jetzt da auf. Und wir können dann wieder zurück, äh, schnell reißen, dann reißen. Wir haben auch gespannt, ob es da was gibt, ob wir dann wieder zurück müssen. nach Bezentium und, äh... Was, das war's doch? Okay. Oha. Finde ich nett, dass die Gegner mit auf Erfangen zu kriegen. Oh. Natürlich wird er wirklich auch ein Pixel oder so. So, den erledigt. Weiß ich nicht, was man jetzt schönes sehen soll, aber sehen wir gleich. Hat er auf jeden Fall was dabei. Er boogie. Dünnere Outfits brauchen wir eh noch. Bin ich überladen? Ich glaube, ja. Bleib mal schneiden. Du wirst mir zerlegen, Kuh. Ja, hier sind die Pillow-Waffen. Die können wir zerschrotten. Bringt ja eh nix. 160. Das ist da. Willkommen in Terra 1. Der größte Welt der Welt in Halcyon. Geh ein Moment, um die Triumf der Zivilisation über Natur. Und während du da bist, sagst du Hallo zu den lokalen Settlers. Wir hoffen, dass du diesen gelegentlichen Tour über die Wunderschöne von Halcyon. Please return to the Bureau of Exploration for a special price. Ah, okay, cool. Find ich jetzt nice. Das war doch zurück. Kriegen wir einen speziellen Preis noch. Transferieren. Sigma 311. Mal gucken, was das jetzt ausmacht. Das ganze Zeug. Mal was ruferschmeißen. Wow. Ein Kilo. Ich bin ein dirty, autonomes, digitaler Aspragator, Sam. Ich habe mir meine internen und ähschen geprüftet. Kannst du die schmerzige Quantität der Zivilisation in da? Sag mir, du siehst du wunderschöne. Ah. Ähm. Wir werden das später weitergehen. Aha. Äh, interessant. Miau. Tartarus. Ja, ja, ja. Ich frag mich aber, warum wir die anderen Bekleider noch herrigen. Weil zwei Stars haben wir im Grunde noch frei. Müssen wir mal gucken. Hm, hm. Oh, okay. Oha, der ist beide Pulver rissiert. Cool. Das hat er eh kein. So. So. Die können wir ja abschalten. Theoretisch praktisch sogar. So. Amt für Erkundung. Ja, da schreien wir schnell rein. Die Freiheit nehmen wir mal an. Dann reden wir mit dem lieben Herren hier. Hallo. Ja, es gibt's keinem, weil du dir ja nie gedacht hast, dass wir im Dekret. So bin ich noch mal verflucht kompetent. Das ist mir egal, Alonso. Gib mir einfach meinen Hut und dann verschwende ich. Okay, das geht doch. So, dann gehen wir uns rein in den Quest wieder nach. Nein, nicht schöner Welt. Äh. 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 Land der Olympusorbit. Nee. Äh. Just for those, das ist ein bekannter Arbeitsplatz. Okay. Blacksley hat sich in den letzten Jahren mit einem Groundbreaker gebürtig gemacht. Dann kommen wir zum Groundbreaker erstmal. Dies wäre uns wenigstens bekannt. Äh. Jetzt müssen wir das raus aus dem Gebäude. Ich bin jetzt extra hergekommen und da jetzt hinwackeln. Hopp. So. Äh. Wo ist denn der Gegner? Ah. Echt jetzt? Warte mal. Warte mal. Rizzo Spectrum Bacca. Aftertaste der Reingang. Äh. 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 Doch. Das muss doch hier irgendwas... Äh. Bist du glauben wir sollten hier gehen? das war drüben doch klar wird nicht muss darunter und dann links ich kann ja im grunde herumlegen aber ich sage bock drauf okay das wird aber da kann ich jetzt reißen kameraroboter einheit okay ach gott geile headshots mann finde ich gut da kommen sie jetzt mal hoch kann ich jetzt könnten ist noch irgendwer müssen wir uns abknallen müssen wieder herkommen irgendwann mal das nervt jetzt 5100 schuss wird ja immer mehr so ist dann auch irgendwo wer also wohlstands gedöns ne da will ich nicht hin Das ist doch sonst niemand. So Gegner, was ist denn da noch wer von denen? Da waren doch nur die zwei. Warum doch einer? Darüber gehen wir gnadenlos im Arsch vorbei. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich sind die damit auch noch gemeint. Aber ich will den kaputt machen. Das ist toll. Deswegen gehen die nur noch im Job nach. Dass man den echt zugute halten muss. Groundbreaker. Aha. Der kommt auf der anderen Seite noch nicht hin. Jupp, danke schön. Aber, sehr gerne an. Machen wir in der nächsten Folge. Dann musst du sein, mit dabei sein. Leitere Teil kommt ihr auch nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal bei der Autoworlds. Tschüss. Der in der nächsten Mal bei der Autoworlds. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie Sie es Noble war. Das ist auch nicht. Der in der R10-J Sanskrit. Der in der R10-J Sanskrit. Der in der R10-J rag. Der in der R10-J Sanskrit. Untertitelung des ZDF, 2020